Willkommen zurück bei Alloy und Horizon Zero Dawn. Wir reden mal ne Runde mit Olin. Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich... Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, dein Kater ist schlimmer als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nicht schon gut. Hier steht er toll. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden. Aufprall geschützt. Stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Ach, bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Ich dachte, dein Freund würde einen faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene. Gemieden vom Stamm. Oh. Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich... alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Interessant. Also, was ist passiert? Wie kam's zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs, vereinte Keldja-Rebellen und Oseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Abarth gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora verbannte. Du solltest vorbeikommen. Wer sind die Oseram? Das ist mein Stamm. Weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahlschmieden und Brauen. Und Freibeuter. Was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner. Also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Abarth hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn's ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt. Und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm wie eine Klinge des Himmels und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen. Vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen. Es war schwer. Aber dann und je... Okay, das hatten wir schon. Wie der Sägezeit? Ja. Das weiß niemand. Aber jetzt ist es grau. Gerade war es nämlich noch nicht grau. Meine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt? Ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Karger können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, äh... Direkt. Ich mag den Typen. Ich muss mir seinen Namen merken. Ich will doch nochmal eine Frage an dich. Frag ruhig. Errant. Was weißt du noch über Olen? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adler. Wenn er nichts anderes macht, ist er schwer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Okay. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Äh, wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na, egal. Ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Interessanter Typ. Was haben wir hier? Questmenü. Guter Herz. Ja, ja. Segnungszerumony. Ähm. Kommt mir, glaub ich, gerade eh nicht mehr raus. Oh, interessant mal ein paar Background-Informationen. Ja, wir können jetzt hier wieder verkaufen und so. Wir haben, glaub ich, auch schon wieder eine Box. Ich glaub, wir haben hier schon wieder so eine Schatzkiste. Es ist immer wieder schön, diese Schatzkisten zu bekommen. Jedes Mal, wenn ich bei einem Händler war, glaub ich, bekomme ich diese netten Schatzkisten. Ich wollte mich eigentlich jetzt nicht heilen. Ich wollte eigentlich da. Ich hab hier, was ist das, ne? Schockbombe. Und eine Eisbombe. Und ich kann auch welche herstellen. Mit, mit ein bisschen Zeug. Ein bisschen Stuff. Okay. Wollen wir jetzt erstmal nicht. Brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Vielleicht brauchen wir es irgendwann. Zurzeit kommen wir vollkommen klar. Und schauen uns mal. Rede mit Tersa. Wo haben wir sie denn? Aloy. Dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist... ...mein Geschenk. Das ist aber ein sehr gezwungenes Licht. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu ehren. Entzündet es nun. Alles klar. Okay. Ohohohohohohoho. Gut, dass es keine, keine, keine Zeitlimit gibt. Für meine Mutter... Für Rost für mich selbst. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Da ist Olin. Das war's schon? Nuraland. Eren brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruin, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Oseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich hab meinen Fokus aus genauso einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stückern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten. Nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was weh tut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Bei meinem aber nicht. Und ich hatte ihn schon als Kind. Dann ist deiner wohl besser. Hier gibt es bestimmt viele Relikte. Schließlich habt ihr Nora Angst vorm Ruinstöbern. Sie halten Ruin für verflucht. Doch das ist nicht meine Meinung. Wenn da den Nora Wissen als Fluch gilt, haben sie wohl recht. Hm. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Liegt das an mir? Oder schmeckt ihr ein Tag dieses Jahr irgendwie komisch? Also, der Typ, dieser scheißverfickte Geh, 80 Meter da lang, 80 Meter da lang und 80 Meter, guckt euch an, wie er herumspringt. Das ist doch zum Kotzen. Ach, jetzt 42 Meter da lang. Jetzt 36 Meter da lang. Hör auf, hier rumzuspringen. Das ist mein Feuer, oder? Ich kann speichern, tatsächlich. So, zu wem gehe ich hier gerade? Zu Theresa? Oder Terse? Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache? Dachte ich, es wäre die Latrine. Deine, deine Anwesenheit hier ist... Uh. Huhuhuhu. Ich hatte nicht die Wahl, das auszuwählen. Das hat sie ganz von allein gemacht. Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Ach, er ist das. Du kannst ein echter Foulzahn sein, Bast. Lass es sein. Er ist das. Dann kann ich mir gleich einen Pfeil in den Kopf. Was passiert, wenn ich das tatsächlich... Was? Cheater. Aber es beschwert sich auch niemand. Das finde ich in Ordnung. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, ne? Wen haben wir denn da alles? Walla. Du lästst zu, dass Bas derart mit dir redet? Würde ich nicht. Was ist los, Ausgestoßene? Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfeld. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ha! Ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen, naja. Aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrannt, Mark, für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Uuuuuh. Bitching. Geh ins Bett, rede mit Valarala. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Valar. Sehr erfreut, Valar. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man will den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Ich bin gespannt, ob wir morgen noch unser... Dieses Ding hier haben. Das interessiert mich tatsächlich. Naja. Äh, wir wollen schlafen gehen. Ja. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Hm. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Sie machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Hm. Du fernst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen, ruh dich aus. Hauptquest abgeschlossen. Mutterherz. Dann beginne mit der nächsten. Die Erprobung. Dann beginne mit der Nasein. Wie viele sind wir? Zehn? Neun? Ich habe gerade nicht nachgezählt. Ich hoffe, er rutscht. Krieger! Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Ach, er! Na, dat ist ja witzig. Kriegt aus wie ein Graser! Einer? Halt, ich habe doch hier eine neue, schöne Waffe. Verdammt, das hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Aus! Wow! Okay, versuchen wir doch mal. Boah, wie Sack. Assi die sind, komm! Oh shit, falsche Taste, falsche. Ich versuch's mal mit. Wo ist es denn mit... Wo kann ich... Kann ich mal eben scannen, bitte? Oh shit. Shit. Okay, das ist gar nicht mal so leicht hier gerade. Tatsächlich. Ich stelle mich aber auch gar nicht so gut an. Das krieg ich. Ja, hab dich. Das krieg ich auch. Perfekt, Stufe 7 erreicht. Auch schön. Den hab ich. Den hab ich. Komm schon. Den hab ich. Ja. Bingo. Ich könnte noch mal eben was herstellen. Helf dir mal, dankeschön. Und da sind alle vernichtet. Und ich kann die wahrscheinlich alle... Oh, ich kann die alle looten. Hohoho. Die Trophäe ist hin, ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Okay. Okay. Wie soll ich das jetzt verstehen? Wie viele brauche ich noch? Ich muss sie einholen. Einholen? Okay. Ich muss also einfach nur... Da hinten in die Richtung. Sehr nett. Von unserem lieben Freund. Und die Leiter geht jetzt runter. Nein, tut sie nicht. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Hoho, warte. Das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Nein, wir sterben nicht. Hohohoho. Bei der Urmutter ist sie irre. Sie bringt sich doch um. Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Kein Problem. Ich bin jetzt nur noch vorwärts. Kehr einfach um, aus Klettere zurück. Wer führt? Ich sehe mich. Bast und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon. Schneller. Nicht nachlassen. Ich muss weitermachen. Die Aufgestoßene. Im alten Pfad. Ist die irre. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die hol auf. Da. Die Ausgestoßene holt auf. Wie ist die da raufgekommen? Absalm. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Aber gut. Wir können uns auch abseilen. Von einigen Punkten. Das ist sehr gut zu wissen. Unser Marker springt mal wieder wie dumm und hin und her. Ich behaupte mal, ich kann gar nicht verlieren. Das ist zumindest meine Vermutung. Los jetzt, komm jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle. Wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy. Einst ausgestoßen. Jetzt Kriegerin. Die gesiegt hat. Vala auch? Ne, Vala noch nicht. Hey, Leute. Lauf! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich bin dein Weg. Fast. Fast. Machst du mit? Bin dabei. Geh mal los. Ah, der wird mich verraten. Vernichtet die Schänder. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Ah, verdammt. Okay, ich muss Pfeile herstellen. Erledigt sie. Ich kann nicht einsammeln. Warum nicht? Ach so, weil ich verstanden wollte. Vernichte die Einringlinge. Hab ich dich? Wer ist hier zu stark? Wer ist hier zu stark? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Du kannst dich vor unserem Zahn nicht machen. Danke, hab dich auch. Schnell, lauft rüber zum Seil. Tötet sie alle. Keine Zeugen. Keine Überlebenden. Geh mich da auf. Oh nein, da sind noch mehr. Da kommen noch mehr. Wie viele sind das? Shit. Also Nahkampf auch. Schön. Danke. Gebt mir ruhig ein paar Tränke. Ja, alles. Nein, ich kann nicht mehr nehmen. Okay, wer, wer, wer hat hier gerade? Es sind zu viele. Hier kommen immer mehr. Mädels. Was soll das hier? Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter, hilf uns. Oho, im Hinsprung. Okay. Time. Nochmal Time. Okay, perfekt. Oh shit, das hat weh getan. Da hab ich dich. Wo ist noch einer? Irgendwo? Ich seh keinen mehr. Eigentlich hab ich jetzt gerade die ganze Arbeit gemacht, oder? Jetzt. Runter, solange es noch geht. Komm zurück. Eine Maschine. Und zwar ein Maschinengewehr, um genau zu sein. Kommt Rust jetzt? Wow. Da war ich der Aus... No, ich bin rausgeglichen, eigentlich. Ja. Stopp. Das war knapp. Zu knapp. Okay, ich heil mich einfach direkt. Nein, das war die falsche Toste. Ich wollte eigentlich schießen. Gut. Ich hab alle. Und deswegen der liebe Oleg. Rust, könntest du bitte... Rust? Rust! Rust. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kinds. Wo ist die stuff? Aber jetzt stirbt nicht Rust, oder? Und zwar. Und zwar. Und zwar. Hallo? Könntest du ihm bitte einen Pfeil in den Kopf jagen? Oh nein! Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Boom. Äloi! Äloi! Über Liebe! und überlegen hängt es auf alles was unter der klippe ist es ist es ist es ist es Dass sie dort ist, ist Blaschämie! Sie muss zu ihrer Mutter! Oh nein! Aloy! Es tut mir leid! Sie sind nicht so zu einer. Sie sind nicht so zu einer. Oh nein! Oh nein! Rath! Nein, 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 nein. Ich muss hier irgendwie raus. Du weißt doch nicht mal, wo du bist. Ich brauche den Fokus. Nein. Hier. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Das ist eine sehr interessante... Warum ist niemand hier? Ja. Ich habe keinen Fokus mehr. Und wir machen hier einen kleinen Cut. Und ich sage bis zum nächsten Mal, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.